moin und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf diesem kanal heute ist mit dabei mars perfekt ich bin heute just build und ja ich würde sagen wir starten direkt ein wir machen solos das würde ich aussagen wollen wir doppelte bauzeit ist mir sowas von egal eigentlich sagt du wir machen doppelte bauzeit mit etwas mehr zeit haben nicht so zeitdruck starten wir direkt mal hier rein bin jetzt auch nur runde auf mars kanal kommt auch noch eine folge weiß man nicht wann weil ich glaube er hat etwas mehr noch auf dem kasten gerade ja ich habe noch ein paar videos die noch hochkommen sagen wir mal ich glaube wenn wir das video aufnehmen wird das donnerstag wahrscheinlich hochkommen wann kommt es bei dir hoch morgen aber amnächst rudolf was ist das grinch eine kerze ist eine kerze habe ich gestimmt jetzt bitte ist es eine kerze bitte ist eine kerze ich will keinen rudolf bauen die kerze ist eigentlich ganz einfach ich hoffe ich schaffe das aber wieder wie viel zeit haben wir zum bauen zehn minuten boah ja easy so das kann man am besten für eine kerze hier nehmen am besten hältst du mal deinen mund boah ey ja junge ist schon wieder freundlich heute zu mir ja also junge man muss sich hier konzentrieren so warte mal das kann man dir nehmen dann muss das denn genau eine kerze sein ich mach nicht du hast ja abgestimmt für eine kerze hä aber jeder muss ja jetzt eine kerze bauen so ich nehme einfach eine kleine kerze ich baue jetzt keine riesen kerze du hast doch genug zeit nee ich muss gerade hier richtig überlegen was man hier stoff nimmt und alles stoff das was du jetzt schon wieder denkst ja so ich weiß nicht ob deine kerze lieber aus links bauen hier ich würde jetzt gerade nicht sagen das hat maßbauer voll den vorteil ach bei dir lerne ich nix dazu alter der junge ist ja respektlos ja kein respekt nein ich hab's nicht symmetrisch gebaut sehr leid für dich oh ich können kotzen ne ich können kotzen ich hab jetzt anderthalb Minuten verschwendet also ich nicht ich bin schon voll dabei am bauen oh es interessiert niemanden niemanden interessiert oh man niemanden boah ey das geht doch nicht so niemanden ja mein gott verstanden so hier kommt der dort hin so haben wir denkt wir hätten jetzt normalerweise nur 4 Minuten Bauzeit hä haben wir denkt wir hätten jetzt nur 4 Minuten Bauzeit oder 5 Minuten ja dann hätte ich total reingeschissen weil ich auch sowieso tue auf einmal bin ich erster Platz ne das glaubst du auch nur du ja dein Ziel ist ja bloß besser zu sein als ich ne ja naja klaffst du aber nicht so ich glaub ich mach das hier als ähm ja das sollte eigentlich schon reichen als Tisch also ich hab mich jetzt ist es wenigstens symmetrisch ey oh Alter ey wie kann man denn ne Kerze ich brauch den du bist halt komplett verblödet an mann mann Marsborg man 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 hh lager das sieht bei mir echt nicht geil aus Das sieht irgendwie einfach falsch aus. Ja, weil du halt du bist, ne? Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Was ist denn Mann, 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 Frau? Ja, du bist eine Frau. Weißt du was? Ich werde einfach hier gleich richtig die Kerze steht. So, sie qualmt. Sieht aus wie so ein Kamin. Mann, du sollst doch keinen Kamin bauen. Das wäre mir ein leichteres Thema gewesen, ja. Stand aber nicht zur Auswahl. Leider. Sieht ein bisschen komisch aus, wie so eine Rakete. Was? Aber ich brauche eine Tanne. Ich will ein paar Tannen hier hinsetzen. Es gibt auch Tannen in meinem Kopf auch nicht. Ja. Sorry. Wo ist denn der Dünger? Bin ich grad blind? Wo bin ich blind? Es gibt den Dünger nicht. Hallo, der Dünger nimmt grad das Video auf. Ah. Ich bin wieder gut gelaunt. Alter, das sieht so... Das sieht aus wie eine Blume, was ich mache. Ich brauche roten Beton. Ey, klau mir nicht meine Idee. Keine Sorge, auf die Idee wird es niemals kommen, weil dann die Kuh nicht so hoch ist. Dafür komme ich auf eine andere Idee. Mann, ich weiß echt nicht, was ich hier baue. Das sieht irgendwie ziemlich katastrophal aus. Was ist das da bitte schön? Jetzt wird ja nur schlimmer. So, vielleicht. Hier vielleicht so, wo der Wachs so runterläuft. Mann, kommentiere doch mal nicht so viel. Ja, ich... Hört sich doch sowieso keiner an. Ja, ich... Hört leider jemand an. So. Ja, das sieht aus wie, keine Ahnung, irgend so ein Haufen, der... Ja, maybe. Ich sag dir, die Leute werden bei meiner Sache hier alle für gut stimmen, nicht. Ich weiß. So. Aber meins wird das Beste. Was sagst du? Ich habe noch ein Secret mit eingebaut. Ihr habt ein Secret mit eingebaut? Oh, hey. Ah, ich brauche Weih. Warum, wenn das überhaupt keinen Sinn mehr macht? Das... Man kann es nicht lesen. Jetzt schreibt er da meinen Namen hin. Nein. Nein, du gar nicht. Warum sollte ich das machen, hä? Bei dir war es mal nie. Nur noch drei Minuten nach der Jemine, der Schaffe in das. Ich baue hier gerade noch was ganz Geiles. Es passt einfach nicht hin. Ich bin mal vielleicht... ... ... ... ... ... Musst du alles zensieren, gell? Zensier dich da ja auch. Alter, das ist nicht mehr normaler Teil, was ich jetzt hier gebaut habe. Ja, okay, gut. Meins ist fertig. Meins da? Ja. Also auf die Idee komme wirklich nur ich. Ja. Ja. Mhm. Dann kann es ja noch was Tolles sein. Ja. Also das Secret ist in der Kerze verbaut. Mal gucken, ob du es findest. Also wenn du errätst, was meins ist. Ich gucke jede Sache jetzt an. Alter, ey, das ist... ... ... ... ... ... ... Geschenk, wie ich das wollte. So. Nix. Das ist ein Bild von dir, welches ich eingefügt habe. Ah, ja. Ja, wirklich. Mal gucken, ob du es findest. So. Ich wüsste jetzt nicht, was ich groß noch bauen kann weiter. Ich bin schon lange fertig. Vielleicht noch etwas Wachs. So. Letzte Minute. Ich wollte eigentlich einen Eiszapfen bauen. Eiszapfen. Der ist viel einfacher. Ja, aber darfst du ja gar nicht bauen. Es geht ja um das Thema Kerze. Aber ich wollte eigentlich. Dafür habe ich auch abgestimmt für Eiszapfen. Was? Da gab es Eiszapfen zum Abstimmen? Ja. Ich habe es nicht gesehen. Mir ist leid, dass ich dafür nicht gestimmt habe. So, Leute. Jetzt warten wir mal kurz. Ich glaube, ich bin nämlich hiermit fertig, actually. Sieht echt super aus. Und wer da ist nicht bewertet mit ersten Platz für mich, also weiß ich auch echt nicht mehr weiter. Ich würde einfach alle Grotten schlecht bewerten. Ja, du bewertest fair, wie du es halt findest. Du bewertest ja auch vielleicht fair. Ja, natürlich bewerte ich alles fair. Aber ich glaube, das sollte erstmal, naja. Ich hoffe, meins kommt jetzt nicht als erstes. Nee, kommt das dann nicht. Nee. Oder Mau. Oder, ja. Das sieht nicht schlecht aus. Ich mach mal, geht so. Habe ich auch gemacht, geht so. Also, ich finde das jetzt nicht so gut. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus, als das von mir. Von mir auch. Oh, ah, nee. Ähm, ja. Alter. Eigentlich ist das, liebe ich. Liebe ich. Mit Maube wertet das ist was, was ihr nicht sehen könnt. Leute. So, nächstes. Ach du Scheiße. Äh. Oh, das muss bei mir mal ja kurz ein Rennen haben. Geht so. Bei mir ist grad Luft. Äh. Sieht. Ich hätt's nicht so geil aus. Klar. Naja, klingt nicht so. Ähm. Okay. Das. Sieht jetzt echt nicht geil aus. Naja, es geht. Auch mit G zu bewerten, aber ich kann da eh nur einmal. Äh. Hä, Junge, warum? Sind die dumm? Ich finde das so geil, wie ich das mit Verzögerungen sehe. Hm. Ah. Was ist das denn? Das ist doch keine Kerze. Ja, da Thema verwechselt. Also, also, ich hab bis jetzt einmal, äh, liebe ich bei dem... What the fuck? Äh. Okay. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Naja, überhaupt nicht. What the fuck? Das war von mir, Junge. So. Hm. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Das sieht auch scheiße aus. Das ist ja auch nicht von mir. Na, aber das sieht doch... Guck mal, der hat immer ein paar Kerzen gebaut. Ja. Hab ich auch. Äh. Ne, überhaupt nicht. Noch keine Kerze. Ne. So irgendein Mittelfinger. Stimmt, jetzt, wo du das sagst. Naja, manche Leute halten sich halt einfach hier nicht ans Thema. Game over. Wo war deins? Deine Bewertung. Ich muss meine Bewertung mal anschauen, jetzt gleich. Was war deins? Äh, das da mit den tollen Kerzen. Äh, meins. Naja, fünf. Alter. Einer okay, einer gut. Super null. Wundervoll null. Deine Punktzahl 10. Meine Punktzahl... Wo steht denn das? Ganz oben, ne? Steht da in diesem Menü. Ja, ganz oben. Ja. Mit der einen Zahl. Ich hatte fünf. Fünf Mau, ein gut, ein geht so. Okay, das wär's dann mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gern ein Like und ein Abo da. Schaut gern mal Marsball vorbei. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Und dann, bis zum nächsten Mal.